Das bin nicht ich! 14 Jahre alt! Das bin nicht ich! Das bin nicht ich! Wer hat dieses Bild von mir aufgehört? What the f... was ist das? Digga, was sind das für Bilder hier? Lasst es! Was ist das hier alles? Das ist sauruselig alles! Digga, ich bin einfach im Museum für geile Leute. Admin schenkt mir OP-Geschenk? Nicoletta, Achtung! Stopp! 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 Digga, das will ich auch haben. Kann man das kaufen? Oh, guck mal. Hör auf mich vollzuspritzen! Oh ja, Daddy, bleib stehen! Mann, Alter! Es ist Krieg! Wo ist der? Es ist Krieg, hallo? Lass es doch! Aua! Ja, Digga. Und das ist schon wieder komplett übertrieben. Das ist schon wieder... Warum schießt du mich denn an, Alter? Der hört aber nicht auf zu spielen! Lass es! No! I don't believe that anybody... I do... About you now... Man... Delay hört auf! Ich fahre nen Baba-Wagen... Geiler Song, oder, Romatra? Monka-DNCA, würde ich sagen. Eigentlich würde ich ja mit dem Auto kurz zurück und es abstellen. Digga, ist der immer noch am Singen? Der Weg ist... Ist der immer noch am Singen? Ja, ja, ja. Komm, let's go scrappen. Auf geht's, Romatra, komm. Ich geh scrappen, ne? Ja, wir gehen alle. Ich bin Big-Musik-Fan, Caruso, aber gerade will ich einfach nur Leute töten. Ich bin Psychopath. Aber du spielst wirklich gut, Bro. Äh, meine Noten sind mir weg. Sind mir davon. Wenn wir jetzt Steine oder Eisen oder sowas am Rückweg finden, lass das auch noch abfarmen, wenn ihr eine Pickaxe habt. Gerade Eisen. Weil wir letztes Mal so viel Lost gemacht haben. Also sollten wir auf jeden Fall irgendwie einen mitnehmen. So, jeder nochmal 10k Stones wäre echt lecker. Das kriegt man eigentlich hin. Nee, nee, nee. Lass zurück, lass zurück. Meinst du nicht? Das war zu langer Run, dass wir jetzt noch Steine farmen. Aber wenn wir jetzt an... Guck mal, Digga, wir laufen noch hier an den vorbei. Das geht doch so schnell. Nein, nein, ich will jetzt zurück. Sulfur sollten wir jetzt auch mit... Vor uns eine Base, vor uns eine riesige Base. Achtung. Über den Berg, über den Berg. 160, 160, 160. Kommt mit. Kann man von oben reingucken mit Fernglas. Mal schauen, was da so abgeht. Aber geil gebaut. Guck mal, die haben den 6-Mann-Heli da hinten stehen. Seht ihr das? Das ist der große Heli, der da steht. Das ist das Casino, Bro. Das ist das Casino. Ah, okay. Ich war da noch nie. Kann man das Casino einfach ausrauben? Geht das? In der RP-Situation bestimmt nice, oder? Einfach den Admin... Versuch mal den Admin auszurauben. Ist bestimmt nice. Ich hab zwei Scrap, Alter. Let's go. Ich hab neun Scrap, let's go. Und ich hab ne Shotgun-Falle. Actually, Pock. Die machen wir direkt über die Eingangstür. Aber verkehrt rum. Das heißt, wenn die rausrennen, kriegen die Kopfschuss. Checkst du, mate? Check ich. An die Decke. Messisch. Bro, warte. Hier sind noch zwei Schilder. Ich hol die mir. Pockers. Da vorne rennt noch ein... Wird beschossen. Bin gleich dead. Oh nein, Bro. Digga, ich hatte auch nichts in der... Ach, Junge. Ich hatte den Sch*** pennig in der... In der verf***ten Tasche, Alter. Passt auf, das sind viele. Das sind viele. Ich hab nur ne Thompson. Ne Billiger. Haben die mich schon gelootet? Die sind close. 340. Relativ nah am Hügel. Ja, natürlich. Die gehen auf den Hügel. Lass auf den Berg gehen. Auf den Berg zurückziehen und Highbound holen. Zu mir. Oh, nice, Digga. Ja, das war natürlich jetzt absehbar. Ja, das war Dump. Das war Dump. Bist du auch verreckt? Ja, natürlich, Digga. Romatra, hol mal die Mauerelemente bitte, Bro. Hier müssen zwei Mauerelemente hin, I guess, ne? Oder Romatra. Romatra, Romatra. Warte, 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 warte. Meinst du, hier passt ein Tor hin? Weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, nein. Wenn das mit einer Mauer nicht zusammenkommt, vielleicht ein Tor? Dann müssen wir hier einfach zwei Mauerelemente platzieren. Ja, aber kriegst du das so platziert, dass zwei Mauerelemente dahin passen, ist die Frage. Stell dich mal links von mir ins Bild. Passt das? Ja, so müsste eigentlich passen. Sicher. Okay, dann setz. Geh mal weg. Ich baue das jetzt. Glaub nicht. Oh mein Gott. Yes, Romatra. Digga. What the, wie geil. Das ist ein Fortnite-Crack-Hat. Wie? Da noch vier Verbände. Da an den Verbänden. Der wurde gestern vier, fünf Mann als Naked getötet. Bist du nicht der Weltmeister? Danke. Bist du der Weltmeister? Nein. Okay, ciao. Nein. Dann will ich kein Foto. Okay, ciao. Danke, danke. Mann, ich dachte ich hätte den Weltmeister getroffen. Romatra, wo bist du? Bist du hier runtergelaufen, Romatra? Den Abfluss? Romatra! Ich seh dich nicht, ich hör dich nicht. Ja. Und wo geht das jetzt hin? Geht das bis zum Airfield? Romatra, wo bist du? Bro, was ist die Mission hier? Bluten. Und eine Blue Keycard holen. Die haben wir bekommen. Ich bin nur nicht raus gerade. Hä, wir sind doch hier reingekommen. Ich bin nicht raus, Bro. Hier. Und dann hier. Warte. Okay. Aha. Ja, siehst du? Und dann die Leiter hoch. Oh mein Gott. Fremder, fremder, fremder. Identifizieren sie sich. Wer hat das gemacht? Schau, was für Bilder sie genommen haben. Hä? What the f***? Warum ist Romatra blau im Gesicht? Wie geil. Twitch Prime ist kostenlos. Ja, absolut. Und dann nochmal, dann nochmal. Wo denn? Lol, what the f***? Wie geil. Wie chill ich. Mein Bild einfach. Ja, ich hab's gesehen. Digga. Wir haben einen fetten Jungen in der Base. Was? Junge, das bin ich einfach in 5 Jahren, Alter. Holy s***. Oh, das ist einfach ein Thumbnail. Romatra, kein Elektriker. Hey, Digga. Ich will auch noch. Oh no. Ich will ein Bild von mir, wie ich... Ich seh eigentlich gar nicht so scheiße aus. Ja, weiß ich nicht. Warum macht mich jeder hässlich? Kannst du mir das jetzt geben, Reeps, oder nicht? Also... Ich hab's dir gedroppt, du... Was willst du? Warum verfolgt mich das? Nicht immer beleidigen. Junge, ich bin voll sensibel, Alter. Oh mein Gott, ich bin so fett. Hier liegt's. 200 Tierpferd, Alter. Also, keine Ahnung. Leider haben wir nur ein Pferd. Und wer mir dieses Pferd nimmt, ist ein Todfeind. Das ist mein Pferd. Warte, das hab ich rangebracht. Nur mal, du... Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Das ist... Schickt ihm jetzt den Clip, wie ich das Pferd finde beim Farmen. Schickt ihm jetzt den Clip. Da sind Hufeisen dran. Die Hufeisen hab ich ihm gemacht. Aber das ist mein Pferd, Digga. Das ist so, wie wenn ich einfach einen zweiten Schlüssel für dein Auto mache, du Schwanz. Warte. Die Hufeisen hab ich ihm gemacht. Die Hufeisen sind von mir. Das Pferd gehört mir. Frag doch mal das Pferd, wo es lieber sein will. Okay. Ingo. Oberarm. Leck dran. Ingo. Juge, lass es. Wie pass? Wie pass? Ich hab ne Überraschung. Digga, das... Oh mein Gott. 90.000 Tierfett. 90.000 Tierfett. Das fette Kind. Mein Gott. Ich seh wirklich so aus in 5 Jahren. Da seh ich mich so drin, Alter. Und ich will hier nicht... Ich will hier nicht... Ich will nicht dicke Leute shamen. Ich will nur dich persönlich shamen. Ich will nur dich shamen. Keinen anderen. Ja, und ich will auch nur mich persönlich shamen, Alter. What the f... 4710. 4710. 6323. War falsch. 4710. 6323. Hallo? Hallo? What the f... Alter, was ist das für ne Stimme? Ah! Was hast du denn für ne Stimme? What the f... Wow! Ich will auch telefonieren. Ich will auch telefonieren. Ich telefoniere gerade. Mann, ich telefoniere gerade. Seid mal leise hier. Mach den Staubsauger aus. What the f... Was... Was geht bei dir so? Wo ist das Telefon? Ich bin am Telefonieren. Ich bin gerade im Hafen. Meine Hund bellt. Okay. Ja, ich bin hier gerade mit meinen Jungs. Wir machen so ein paar Telefon-Pranks gerade. Willst du mal Telefon geprankt werden? Gib mir den Hörer, Revi. Gib mir den Hörer. Gib mir den Hörer. Ich kann dir den Hörer. Ich telefoniere gerade, verdammt nochmal. Du bist morgen dran mit Telefon. Regi, ich will auch mal reden. Du hast dich das Telefon die ganze Zeit für dich beanspruchen. Ich bin mit Telefon jetzt dran. Lass es. Du warst schon den ganzen Tag telefonieren. Ich will jetzt auch telefonieren. Was machst du gerade... Hallo, gut bei euch. Was machst du gerade am Hafen? Ähm, ja, ich chill gerade und warte, dass jemand anruft. Gebe den Hörer. Okay, ich muss weiter. Tschüss. Ich hab keine Freunde, deswegen hab ich gehofft. Ich hab auch keine Freunde. Hallo. Oh Mann, ich muss anrufen. Schönen guten Tag. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Hallo, hallo, hallo. Moin. Hehehehe. Ui, Memo, guck mal. Hehehehe. 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 Meine Nachbarn schlachten mich gleich ab. Ich sag, wie es ist. Warum gibt's keine Bilder von mir hier, nur von Trimax? What the f... Hab ich auch ein Bild hier. Ja, die hat ja niemand gerechnet. Ja, ja, Nina. Das war's an der Stelle wieder komplett. Okay. Ey, das ist richtig süß. Okay, ich fahr direkt nach Hause. Was... What the f... Alright, Jay. Das war's an der Stelle. Danke, mach's gut. Ciao, ich bin wieder weg. Da ist der Avatar, okay. Hier ist schon ein Bild von dir, Revi. Wo ist ein Bild von mir, Revi? Oh mein Gott, Revi, wie alt warst du da? 14, Alter? What the f... Lösch das. Lösch das. Lösch das. Lösch das. What the f... Das bin ich ich. 14 Jahre, Revi? So lang warst du schon YouTube, das wusste ich gar nicht reden. Das bin ich ich. Das bin ich ich. Das ist wer anders. Digga, du bist ja ein Urgestein auf YouTube. Ich fasse es nicht. Kein Grunde, das du immer sagst, du könntest mein Vater sein, so alt wie du bist. Kann man nach Hause fahren? Ich bin sau schlecht gelaunt jetzt. Das Casino ist doof. What the f... Wer hat dieses Bild von mir aufgebrannt?! What the f... Ich kann die Kinderbilder von mir aufwenden. Wo habt ihr das Bild denn? Das ist so creepy. Das ist ein Kinderbild von mir. Alter, wie lange spinnt das, hä? Digga, was ist das? Warum spinnt das so lang? Ist das der Bad? Ich muss hier raus, Alter. Guck mal, da ist der Fette wieder. Ich habe 100 auf Rot gewettet. Guck. Was ist das? Was ist das? Wie macht er das? Der soll aufhören. Das ist Cybermobbing. Das habe ich niemals gemacht. Sei ein Teil. Das war eine Anti-Drogen-Kampagne. Digga, was sind das für Bilder hier? Lass das. Was ist das alles, Alter? Digga, dieser Ort ist cursed. Dieser Ort ist straight-up cursed, Alter. Was ist das hier alles? Das ist saugruselig alles. Guck mal, wie sein Bizeps größer gephotoshoppt ist. Wie peinlich. Der hat sein Bizeps gephotoshoppt. Was für ein Loser. Alter, warum siehst du gut aus? Was ist das? Tech-Mox-Frage. Was ist das, Alter? Was ist das? Was ist das alles? Das ist alles so unangenehm, Bro. Digga, ich bin einfach im Museum für geile Leute. Wo findet ihr solche Bilder von mir? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Bild? Digga. Können wir einfach gehen? Okay, ich sehe jetzt mit der Kamera nichts. Ah, doll. Lol, what the f- Omatra, hallo? Hörst du mich? Lass das. Hä, wie geil. Der Sue's back, 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 back again. Da heißt nichts mehr, Keule. Was soll denn das? Ja, ja, ich wund' dir es ab. Ge-roll-play. Ich hab ein Messer, Leute. Ich hab ein Messer, Leute. Ich hab ein Messer, Leute. Ich hab ein Messer. Ja. Und jetzt schneide ich dir den Sch-Kopf ab. Go weg. Bin einfach ausgerastet. Och, Mann. Warum, Digga, was? Och, Junge. Ich verdränge das. Och, Mann. Ich geb euch gleich Kürbisse. Unser Butzbach war mal ein richtig gefährlicher Knast. Mittlerweile sieht das aus wie ein Heim für schwer erziehbare Kinder, Digga. Ich bin die Einzige, die normal ist, bitte. Das ist Nicoleta. Das ist sau unfair. Das ist einfach eine Irrenanstalt. Oh, ja. Ja. Oh, oh, ja. Oh, oh. Geil. Oh, ja. Reeps, du hast gefressen. Oh. Was ist denn hier? Oh, Digga, was passt? Oh, Junge. Oh, Mann. Oh, ja. 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 Oh, ja.